Omega 3 ist ein bisschen ein unterschätztes Supplement in meinen Augen, denn Omega 3 finde ich sehr wichtig für die Herzgesundheit und Herzgesundheit ist etwas was man nicht so sofort merkt. Man ist lange gesund und wenn man älter wird, dann ist es selbst ein Thema und man sich damit beschäftigt. Darum beut vor und führt das von Beginn weg in euer Supplementenplan ein. Für ich sicher 5 Gramm pro Tag, bei Frauen reicht auch 3 Gramm aus. Omega 3 hat auch andere Vorteile, es hilft bei der Fettverbrennung, dazu gibt es auch Studien die zeigen, dass wir mehr Fettverbrennung können damit und etwas was viele nicht wissen, aber es aktiviert den sogenannten M-Thor-Pfad und M-Thor-Pfad ist jeder Pfad oder jeder Vorgang im Körper, welcher nach dem Training aktiviert wird und den Muskelaufbau initiiert. Also Omega 3 unterstützt auch den Muskelaufbau. M-Thor-Pfad.